Dahinter Perez auf Soft, Sutil auf Supersoft, beide Sauber hoch. Fingere! Halt! 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 Ich war ca. 3 Minuten insgesamt wieder zurück bei Schaft, die es T-Time. The hills are certainly alive, with lots and lots of spectators out there. Fantastic to see you all, a really amazing atmosphere. Ich hab's für jetzt das Grand Prix, aber ich bin mir ein paar Minuten von hier, und mir ist es so, dass es geht. Ein paar Minuten von hier, von mir zu Ende ist es nicht. Aber es hat zu sein, dass es am 8.0 ist, wie ist der 8.0? Ich habe es weiter den 8.0 zu Ende, um diese 3.0 zu Ende. Wenn wir es mit mir wieder zurück zurück and wieder zurückkommen, gibt es eure mau mensächliche Zeit. Jetzt habe ich es mit einem Minute, dann bin ich ein paar Minuten. Ich bin ein paar Minuten, ich bin ein paar Minuten sagen. Ich bin ein paar Minuten, ich bin ein paar Minuten, wenn ich das nicht dann hier. Jetzt ist es so, dass ich mich nicht definiert, dass ich mich nicht so darauf mag. Die Stadt ist heute vom Kalt, Kippenburg und Platz 9. Nicht unwahrscheinlich also, dass der Deutsche seinen Vorsprung vor Silverstone weiter ausbauen kann. Gut möglich, dass Nico Rosberg auch als WM-Führender zum Heim Grand Prix nach Hockenheim kommt. Daniel Riccardo in der WM Dritter mit 79 Punkten, Fernando Alonso 69, Sebastian Vettel 60. Die Piloten sind zurück aus ihrer Einführungsrunde Richtung Startplatz 1 und 2. Alles gut, zweite Reihe steht links vorne also in Fahrtrichtung. Philippe Massa aus Brasilien, neben ihm Teamkollege Walteripotas aus Finnland, dahinter WM-Leader Nico Rosberg aus Deutschland und Fernando Alonso aus Spanien. Fünfte, sechste Reihe steht, Sebastian Vettel ist reingekommen, dahinter sehen wir Maldonado und Jean-Erik Wernstedt, Perez ist da. Die ersten 7, 8 Reihen, alles gut und dann die Spannung beim Comeback der Formel 1 in Österreich. Grand Prix von Österreich 2014, wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung, ein spannendes und ein tolles Rennen. Die Appel geht los, Massa, Potas, Reihe 1. Licht aus und Start, Superstart vom RTL Reportens und von Nico Rosberg. Rosberg schon gleich auf mit RTL Reportens, ist da auf Finnland vorbei, Rosberg, zweiter Massa für Potas, ist unter. Die zweite Carrots, der erste, wir haben schon auf dem Weg, das Between & Ricardo Alonso aus der Reihe, der Hochschule von Louis Eppel, von 9 auf 4 gefahren, der zweite Platz von Nico Rosberg, nicht lange gedauert, dann ist das wieder vorbeigezogen, jetzt anbremsen Kurve 3, Die stehenden Räder, bergab die rechts, da kommen sie angeflogen mit ungefähr 300 km, müssen auf 170, 180 km runter und jetzt die links, der hat mit der beiden doppel links. Ende von Runde 1, Hamilton, Aronso vorbei, Massa, Portos, dann die beiden Mercedes, Rausberg, Hamilton, Aronso, Magnussen, Raikönen, Hülkenberg, Recaro. In a big deep place. And Robert Grosjean is joining from behind, that's fantastic, that's already in trouble. Probleme bei Sebastian Vettel, wird langsam Vett zurück und ich wünsche, das war's. He says he's lost drive, tell me what's too, please. Kein Vortrieb, Probleme mit dem Antrimschradio, der Windpreis da also, in a big deep trouble. Der Windpreis da ist also opposed, die ist auf Sekunden, frage mich nochmal panelen, dann die Kristallio und Traurige. Die Karte ist in der Nähe von Williamson. Die Karte ist in der Nähe von Williamson. Die Karte ist in der Nähe von Williamson.